Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. Gestern haben wir ja schon angefangen die eine Plattform freizuschalten, da müssen wir heute nur noch einer der drei Türme aktivieren, um den zu aktivieren müssen wir ja die eine Quest erledigen und zwar mit der Bohrinsel, wo die Hyänen ja squattern und wir kommen dann nur darauf, wenn wir die Eintrittskarten auf deren Basis finden. Also, dementsprechend müssen wir jetzt schauen, jetzt möchte ich gerade, dass die Stehen hier noch gar nicht aktiviert habe, den gehen wir mal zuerst aktivieren. Da! Da! da läuft ein anderer spieler noch da 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 Da! 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 Missed. MMMMMMMM! Und weg! Okay, wieder Passwort knacken. Hm. Zurück auf Passwortberechtigung. Aus Eingangssicherungsprotokoll. Die Ziffern an erster Stelle, zweiter und vierter Stelle sind identisch. Oh, das dürfte ja nicht allzu schwierig sein. Ja! Waaah, der Perfeste ist! Guck! Guck! Soooo Gehen wir mal das Erz abliefern. Das war ja auch so eine Quest. Da gehen wir auch direkt zum Teleportal. Mist. Jedes Mal finde ich einen Screenplay muss ich übelst husten. Beziehungsweise habe ich dann so viel Schleim im Hals. Keine Ahnung wieso. Gehen wir mal wieder? Es ist ziemlich schnell. Was hast du? Was ist das, was ich? Was ist das? Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? Ich möchte, dass ich ein Fahrzeug mit dem Fahrzeug und der Omnium Tower. ... ... ... ... ... ... so kann ich dann nicht einfach eine einheit einheit angeben Likscha Ja, ja Das war's für heute. Ich habe noch einen Bezügel bekommen. Das ist ein Bezügel. Was ist das? Was ist Astronomisch? Astronomisch war ich bereits vorhin. Ich habe einen Bezügel gemacht. Was hast du? Kaleido von Kaleido? Ich kann nicht darüber sprechen. Wir wollen nicht quatschen, wir wollen handeln. Niedriges Risiko, hohes, äh hoher Ertrag. Wieso liegen hier einfach Dokumente? Oh, äh ja. Ich liebe diese Reiskekse, der Aufenthaltsort eines Freundes dem Schicksal zum Trotz. Jaaa, nächste Stufe. Jaaa. Ein bisschen Geflügel. Etwas Fleisch. Eine Käste. Alles, was uns Erfahrungspunkte bringt, machen wir natürlich. Oh Mist. Mann, hab ich mich erschreckt. Geht hier einfach mein Bluetooth-Scoop für, äh Bluetooth-Loucher schauen. Scheiß Ding. Was muss ich denn? Das ist Heilung. Und weg. Ah, ich muss die Auf-Key ganz häufig beschießen. Auf ins Loch. Wieso stehe ich jetzt auf einem Aufzug? Vorhin war das eine Leiter. Jaaa. Hm, verstehe. Oh, Mist. Oh. Oh. Okay. Okay. Was muss ich denn mitnehmen? Was muss ich denn mitnehmen? Was muss ich denn mitnehmen? Welche Taste ist das bitte? Was muss ich denn mitnehmen? Was muss ich denn mitnehmen? Okay, mit 3 kann ich absetzen. Was muss ich denn mitnehmen? Oh. Oh, das ist für mich schreckt. 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 Oh, das ist für mich. Oh, das ist für mich schreckt. Oh, das ist für mich. Oh, das ist für mich schreckt. Oh, das ist für mich schreckt. Das ist für mich schreckt. Jo, mir geht es gut. So weit. Was hast du mit dir? Das ist mein Vater. Ich habe eine perfekte Welt gegeben. Was hast du gesagt? Teo ist eine halbe Jahrzehnte. So ungefähr. Das Problem bei mir ist, ich habe auch immer keinen genauer Diagnose mit dem Kneipp, weil ich war beim Chirurg. Und da habe ich jetzt gelungen, dass mein Banner nicht noch geholfen muss. Aber, äh, ich muss noch eventuell den Meniskus geholfen. Aber das kann man noch demnächst tun. Ich habe dich da vorhin. Ich bin wirklich. Ich habe mich nicht. Aber ich habe mich nur zu machen. sondern ich habe mich auch mit dem Lass zu machen. Ich habe mich nicht gemacht. Ich habe mich nicht gemacht. Ich habe mich nicht geholfen. Der Nuttria-Clash. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Das war's. Ja, wir sind alle guten Handicats da am Hornbach, alle sind verliebt. Boah, entweder nicht, äh, entweder zu viel abknallen oder nicht genug, nein, ich verbeige das. Oh, come on, chill mal. Maaan, wieviel stirbt nicht da. Ja, ich environment empfehlung. Ja, das ist ein Gefahr! Das ist ein Schicksal! Ich bin so ein Schicksal! Ja, ich war auch ein bisschen in der Stressverhältnis von dem Tag, wo ich auch bei Rendezvous, den ich Rendezvous habe beim Chirurg. Der Herr Haleid. Der Herr Haleid ist in der 2021. Ich bitte. Ich hab' einen Hüro voll grimmeln. Ich hab' einen Hüro. Teo und Kareido-Oji-San haben gefunden. Der Herr-Hüro hat die Gefahr. Jetzt muss ich eine Tätigkeit. Teo... Ich hab' einen Hüro. 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 Ich will dich fragen, wie ich schon... Ich will euch eigentlich schon gut stecken mit mir weit meinem Zimmer. Aber momentan kann ich gut nicht schaffen. Ich wollte schon lange, soll ich mein Bett fertig machen. Zumindest will ich ein Motrottstuhl ein. Aber noch geht Bett. Ja, sobald es dann noch besser geht, kann ich endlich mein Bett weiter schaffen. Was ist denn schön? Also... Ich hab' einen Hüro. Ich hab' einen Hüro. Ich hab' einen Hüro. Ich hab' einen Hüro geguckt. Auf Netflix. Und die Menschen sind nun nicht so interessant. Von daher, wenn sie dich... Die alte Kultur für Japan interessiert. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Film. Das ist eigentlich eine Serie. Ich hab' einen Hüro. Ich hab' einen Hüro. Ich hab' einen Hüro. Ich hab' einen Hüro. Ich hab' einen Hüro selber gucken. Okay, ich hab' einen Hüro. Ich hab' einen Hüro. Okay, oder ein Hüro. Untertitelung. BR 2018 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 Ich habe schon da den Link drauf gemacht. Das ist noch Bannes. ein bisschen 47 ok nee was manisch sind stumm so so Das war's für heute. Hm, vielleicht sind das die Serie nicht für Lützebüch-freiers. Ich heiße Vailin. Es gibt noch ein paar Tage, dass die Informationen auf die Venge. Was war denn? Wir hatten einen... Wir hatten einen, äh, japanisch geguckt, mal deutsche Mannertitel. Ich habe mich nicht mehr verletzt, weil die Telefonkabel nicht verletzt wurde. Ich möchte mich an die Schoen und die Schoen. Ich habe mich an die Kareide-Schein gehört, weil sie hier sind. Das ist ein Mensch, das hier ist. Danke. Ich habe eine große Herausforderung. Ich habe mich mit den Schellen nicht verletzt. Wenn ein Abstand zu einer Leitungen Anfängerung wurde, wird das Wasser verletzt, wird das Wasser verletzt. Ich werde das Filter verletzt und es nicht verletzt werden. Aber die Luftverletzte im ... Das war mir verletzt. Ich werde das Wasser verletzt. Das ist schön. Das ist ein mega cooles Film von den Smolz, das in Japan gerne wird. Und die Geschichte geht einfach darum, dass engländische Händler sind an Gewässern von Asien, mit ihren Schiffen erwähnt und stranden dann quasi auf der japanischen Insel. Natürlich gehen sie direkt komplett weg von den Aufwohnern. Sie haben hier ein Schiff gekappert, verschiedene von ihnen gewünscht. Und hier als Engländer muss ich dann quasi erklären, wie weit die japanischen Japaner sind. Natürlich sind sie nicht den einzelnen Europäern. Das sind auch natürlich Portugiesen. Wo auch da sind die Händler aber keine Lust auf den Engländern. Die suchen direkt zu den Japanern, dass sie nicht schlechten Menschen wären. Und das ist schon ziemlich interessant. Und es geht über die Thematik von der Vierherrschaft in Japan. Ja. Bei mir ist es halt ein bisschen arnig. weil ich nicht über Netflix direkt laufe, mehr über den anderen Provider. Und so kann ich Netflix eigentlich von allen Ländern gucken. Ja, weil das nervt mich immer mit der regionalen Beschränkungen, dass wir dann nicht erst an dem Land die sind und gucken. Boah, ist sie so dumm, ich schlafe komplett der falsche Weh. Okay, natürlich. Gut geschafft. Gut. Das! 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 Also geografisch gesinnt. Ich warte auf mich da ganz so weh, ich komm nicht so hin, ich bruch da ja. Ja, noch mal wieder. Kroo, ich habe die Luftfahrzeugung von 201, aber... ...ich habe ich noch nicht? Ich habe die Luftfahrzeugung von 201. Ah, bei der Vailin. Ich habe die Luftfahrzeugung von 201. Ich habe die Luftfahrzeugung von 201. Bei der Küche steht noch 2 Kilo Reis. Ah, nein, 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 das sind 10 Kilo Reis. So. ... ... ... ... ... Das geht doch mal. komm Mann, geh mal nicht auf Nerve, komm mal raus Dick wie Muscheln Ok, Nudeln gehen auch einfach, ich muss einfach sagen, ich essen eigentlich mehr Reis wie Nudeln Ah, nee, nicht mehr Reis Moin Wie geht, Feel No Mercy? Ja 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 Boah, sehr gemütlich ist Wochenende So gönnt man sich seinen Feierabend Gut, momentan bin ich krank geschrieben, also dementsprechend habe ich eigentlich keinen wirklichen Feierabend Was ist das? Stimmt Stimmt So, das müsste ich kaufen Das ist Geschenkgutscheines Was gefunden sind denn in dieser Welt hier nicht So, ok So viel brauche ich auch wieder nicht Und du verbringst dein Wochenende hier auf Twitch Ne Ne Das hier muss ich nehmen Gut, ich hab ihn Ah cool, und fast zuckst du gerade Äh Angel erforderlich Ich hab doch eine Angelherz gekauft, oder nicht? Genau Genau Ja, also meistens wenn ich noch im Bett rumliege und auf dem Handy dort lebe, dann gucke ich mir auch immer noch irgendwelche Streams an Bin ich ja zu dumm, um meine Angel zu benutzen Ich hab hier eine Angel Wieso kann ich die denn nicht benutzen? Angelroute erforderlich Also Bla 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 Danke für den Fall Ähm Spielst du schon lange Tower Fantasy? Also Ich hatte es von Anfang an gezockt, aber mich hatte es am Anfang nicht direkt gecatcht Also dafür Ich hatte meinen Account gemacht, etwas gezockt Hatte es damals auch äh schon über den chinesischen Server gespielt Ähm Aber da muss ich sagen, damals hab ich parallel Genshin gezockt und da hatte Genshin mir besser gefallen Und Ja, ich verfolge halt immer gerne wie die Spiele sich weiterentwickeln und äh mit den Updates äh war ich auch sehr zufrieden was alles dazu kam, wie die auch äh das Balancing ausgebessert haben für das Multiplayer Fand ich wirklich nice und da habe ich dem Spiel auch nochmal eine Chance gegeben Definitiv das ist auch äh bei mir den Punkt wo ich ähm finde dass dieser Punkt besser bei Tower Fantasy ist wie bei Genshin Ich hätte mir auch bei Genshin mehr Multiplayer Funktionen gewünscht Umso neuer äh umso neuer äh umso mehr habe ich mich auch gefreut dass ähm die Kollaboration Was das mit Evangelion jetzt drin ist Dääh 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 Weil ich sowieso ein Fan vom Anime bin Dääh 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 Also, ich bin auf EU. Warte, da müsste ich schon mal gucken, wo genau auf EU. Ja, hier siehst du, auf welchem Server ich eigentlich bin. Magier. Keine Ahnung, wie man das erspricht. Also, ich bin auf EU. 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 Oh, das Ding hat den für aktiviert. Ja, super, ich kann mich hier nicht festhalten. Nein, komm. Also, ich bin auch sehr niedrig. Also, Stufe 43. Du liebe Güte, genügendes? Ja. Ah, da bist du. Oh, geil, du hast den Skin auch gezogen. Kann ich dich eigentlich, äh, warte. Ja, definitiv. Ähm, ich klicke alt. Okay. 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 Oh ja, du spielst auch schon etwas länger. Schick dir mal eine Freundschaftsanfrage. Ja, ich weiß, äh, ich vergesse immer. Ich bin auch, äh, einer der spielt eigentlich mehr mit dem Controller wie mit der Saturn. Nur, dass, ähm, das Spiel kann man ja mit, äh, Controller spielen. Ich finde nur die Steuerung übel schlimm. Okay. Eigentlich weiß ich, was ist die Hauptmission und was, äh, sind die Nebenmissionen. Äh, äh, hä, guck es. Weil, komm, ich verweise habe ich bei Hauptmissionen momentan nichts stehen. Ist noch keine Mission angenommen. Äh. Ich, ich habe nur Nebenmissionen. Ach so Ups, falscher Knopf Ähm Das heißt, es ist eigentlich Quatsch, was mache ich denn? Äh Wo habe ich das stehen? Nochmal Mit den Stories Hat das mit dem Teil zu tun? Mit den Pfaden Oder sind das nur Story-basierte Teile? Also Charakter-Stories Ob der wäre Story, kannst du es nicht Richtig sehen Ja, wo ich jetzt Ich habe jetzt vor Ja, letzte Woche mal Wieder angefangen mit zockern Und ich weiß nicht mehr Wo ich damals bei welchem Story-Teil Aufgehört hatte Ähm Dementsprechend Ja, das ist die Nebenmission, die ich momentan aktiv habe Bei Erinnerungen Dann gucke ich noch mal Ich muss die Geschichte fortsetzen Nicht stürzt Ähm Muss ich da in die Äh, wo die Gotsch, hier Hier bei Missionen Genau, weil Da habe ich bei Hauptmissionen Habe ich nichts stehen Ah, bei Erinnerungen Sagtest du Wird verfolgt Ah, das Windräder Äh, das ist die Mission Die ich gerade Im Laufe habe Am Laufen haben Okay, dann bin ich richtig Ich weiß auch nicht Warum das so komisch ist Ja, da habe ich auch Keine Ahnung Dann glaube ich Dann muss ich die Mission Hier machen Die mit den Windrädern Siehst du eigentlich Äh, ob die Äh, Mission Bei dir auch aktiv ist Oder Ah, okay Okay Okay, momentan Muss ich hier Drei Windräder Aktivieren Zwei habe ich Äh Äh Ich glaube Nicht Kann ich das auch Bei Missionen Prüfen Ob ich die schon Gemacht habe Oder Mensch Mensch Bin ich zu dumm Ist bei der Abenteuerseite Okay 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 Ja, ich bin Ich habe es治biert Ich habe es nach Bairin Ich habe es die Bezübungen Wo ist das Thema? Was schreibst du da? Du bekommst auch mega viel XP Ist bei der Abenteuerseite Ist mit ALT erreichbar HUTKEY ALT Und 3 Ok ALT und 3 Passiert bei mir jetzt nichts Sind dies jetzt zwei Schwerter? Bin ich jetzt dumm? Warte Sehe ich das dann über die Karte? Oder? Kann es leider nicht sehen Weil die Cam genau dort ist Ah ok Entschuldigung warte Nichts Wie geht es? So, jetzt müsstest du, äh, ne, du hast das Leute noch nicht, das ist komisch. Ja, ich bin halt noch ziemlich am Anfang. Dafür habe ich sehr vieles noch nicht vielleicht freigeschaut. So, jetzt habe ich nicht überhaupt viele Teile ich wieder an. Habe ich noch nicht. Stimmt, tägliche Belohnung habe ich noch nicht genommen. So, jetzt habe ich noch nicht. So, jetzt habe ich noch nicht genommen. Hier gibt es nichts mehr. Ich weiß jetzt wie man es bekommt, man muss die Ferien-Story anfangen und sein Hotelzimmer freischalten. Ah ok, das heißt ich muss dann die Story weitermachen. Ok, für jeden Tipp bin ich dankbar. Ok. Wieso komme ich hier rein? Ja. Ja. Ok. 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 Ich mache so viel hier, dass ich dort wieder zurückgehe. Wait a minute. Also zum Vergleich du musst die Missionen bestimmt aktivieren. Und das ist noch die andere. Du warst schon richtig... Okay. Von wem kriege ich die Mission? Ne, von dem kriege ich nichts. Äh, was soll formuliert das? Äh, im Vergleich der Direktorin, ihr werft sich zur Lösung und ist verfügbar über mehr Verantwortungsbewusstsein unter uns, ich, wir haben ... Ne, das ist hier nicht. Sie hat auch keine Mission, das ist er hier ... Willkommen ... Ne, das ist ja nicht das Richtige ... Quatsch. Ich will raus hier ... Äh, Wahlkampfflöster ... Ah ne, das ist fast komplett. Aber ... Wo kriege ich denn hier ... die Quest? Direktorin, ich war vor allem in der Schule, wenn ich die Quest ... Äh ... Kannst du mich mal kurz in dein Team einladen ... Ähm ... Ja, mach ich ... ... Ich will den ... ... in der Schule 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 ... Also ich kann bei niemandem eine Mission hier annehmen, es sei denn, ich guck mal in den Missionen, wo ab und wirst nochmal, das war, Terminal, Forschungsgeschichte, ah, ist es das hier? Eine Verbindung zu vieler Raumzeit wurde hergestellt, was werden der Vollstrecker und Shirley dort wohl erleben? Ich kann mich ganz vage erinnern, dass ich, als ich aufgehört hatte, einmal kurz in dieser Sandebene war. Ich kann mich daran erinnern, aber wie kam ich dahin? Ah, nee, das... Drück auf Missionen, okay. Ah, jetzt auf einmal stehen hier die Hauptmissionen, was läuft? Land des Sonnes, okay. Mission verfolgen. Und wo muss ich da hin? Da hin muss ich hin. Da komme ich jetzt hier aus der Station raus. Ah, hier, okay. Gut gearbeitet, pflege ich hier komplett runter. Okay. Okay. Ah, ja, wie rufe ich jetzt nochmal mein Schiff? Äh, folge mir. Mit weh, okay. Okay, ich folge dir. Hörscher Knopf. Hörscher Knopf. Hörscher Knopf. Hörscher Knopf. Das war's für heute. 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 Okay... 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 Yo... Okay... So... So... Ich bin jetzt mal... Aus der Cutszene raus... Okay... Die Pyramide ist von innen definitiv ein gutes Stück größer. Okay... Wo bist du? Ähm... Ah da! Ja... Man... Ähm... So... Muss ich da speziell dahin gehen. Ah... Ah... Ich bin da nicht als Team rein. Ähm... So... 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 Okay... So... 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 Ah, um 23. dann fängt er ihr Wand an, dass sie dann auch ungefähr zu den Zeltungen kommt. Ja, dann habe ich noch etwas Zeit für alles so weit fertig zu kriegen. Momentan muss ich sowieso etwas länger zu Hause bleiben, weil mein Knie im Arsch ist. Ich muss höchstwahrscheinlich operiert werden. Zeek ist von Elric von Zeek. Wenn er wirklich nach Verlachik gekommen ist, hat er eine Möglichkeit zu verhindern. Yurin, Zeek ist... Ich habe auch die Möglichkeit gesehen. Ich habe auch die Möglichkeit gesehen. Das ist die Geburt von Abusant. Ich bin eigentlich für 2024 noch nicht einen Tag arbeiten gegangen. Ich habe auch die Möglichkeit gesehen. Ich habe auch die Möglichkeit gesehen. Ich habe auch die Möglichkeit gesehen. Ich habe dieses Produkt. Das ist mies, wenn man was für App bekommt, also da kann ich auch ein Lied davon singen, aber es gibt schlimme Sachen und weniger schlimme Sachen, also ich habe noch was nur unangenehmes ist als Erbkrankheit und das nennt sich Psoriaris, auf deutsch nennt man es wie Schuppenflechte, nur dass es halt auf sehr großen Flächen auf meinem Körper ist, was unangenehm für mich ist. Dann hoffe ich auch für dich, dass es jetzt etwas besser geht. Psoriaris kann man nicht behandeln, also es ist so, dass es eine genetische Erkrankung ist, wo deine Haut ja quasi schneller nachbildet, als sie sich komplett entwickelt. Das bedeutet, die Haut ist eigentlich immer feucht oder trocken und sie schichtet sich halt übereinander. Und das heißt, die unterste Schicht, wo quasi deine richtige Haut ist, ist nie richtig zu. Das ist wie eine offene Wunde dann in dem Fall. Und das hat ganz viel mit Stressabhängigkeit zu tun, weil je gestresster du bist, umso schlimmer wird es eigentlich. Psoriaris hat eigentlich fast jeder Mensch nur in sehr kleinen Maßen, meistens an den Ellbogen oder an den Knien nicht so schlimm, die sind halt dann nur etwas trocken oder so. Und dann gibt es verschiedene Formen von Psoriaris, wo dann richtige Flächen entstehen. Da gibt es Menschen, die haben dann den ganzen Arm, die ganzen Beine oder im Extremfall sogar den ganzen Körper. Und ich muss auch echt sagen, Psoriaris sieht zum Beispiel bei weißen Menschen sehr schlimm aus. Das sieht aus, als wäre dieser Mensch hätte Verbrennungen am ganzen Körper. Wirklich so ein Brandopfer gewesen. Also, das sieht bei weißer Haut wirklich nicht schön aus. Das sieht auch sehr rötlich aus. Und bei dunkler Haut, wie bei mir jetzt, das sieht dann einfach nur weiß aus. Ich bin schon so ein Schicht und ein Schicht. Ich bin schon so ein Schicht und ein Schicht. Ich bin schon so ein Schicht und ein Schicht. Ich bin schon so ein Schicht. Gut, bei mir ist es die ganze Kopfhaut und die Schienenbeine. Mit den Jahren gewöhnt man sich daran, damit umzugehen. Und man muss sehr viel lernen, die innere Ruhe zu bekommen. Weil in meiner Jugend hatte ich echt dieses Problem, dass ich damit nicht klarkam. Und da hatte ich einen extremen Ausbruch, der über die Arme ging, über den Rücken. Das hat sich aber sehr stark zurückgebildet, weil ich da viel angenehmer mit mir selbst umgehe. Streng gesehen könnte man jede Genkrankheit heilen. Aber dieses Verfahren wird ja in Europa nicht erlaubt, weil es ein Eingriff in der Ethik ist. Diese Methode nennt sich CRISPR und das ist eine Veränderung der menschlichen DNA. Und so könnte man rein theoretisch die Gene so ändern, dass man diese Krankheit nicht mehr hätte. Beziehungsweise sehr viele andere Erbkrankheiten auch so behandelt. Es gibt da einen Fall, wieso ist es umstritten, liegt daran, dass CRISPR ist eine Methode, die kann man auch für schlechte Sachen benutzen. Zum Beispiel, man könnte sich ein Kind nach Wunsch erstellen. Ganz einfach, wenn man eine Eizelle nimmt, die befruchtet ist, könnte man schon die Gene vorab so abändern, dass ein Kind asiatisch ist, schwarz ist, weiß ist, mit blonden Haaren, schwarzen Haaren. Und das wäre dann ein Eingriff, da könnte man quasi gut spielen sozusagen. Und dafür ist diese Methode sehr umstritten und nicht gern gesehen. In China gab es ja den Fall, dass man Kinder, Zwillinge so auf die Welt gesetzt hat mit Änderungen über CRISPR. Und das war sehr kritisch damals gesehen. Aber man könnte es halt auch zum guten Nutzen für solche Erbkrankheiten komplett zu eliminieren. Bist du aus Deutschland? Die Stadt sieht richtig geil aus, also Wahnsinn. Das Kampfvorbereitungserkennungssystem wurde vollgeschaltet. Verwende B... Was ist das? Ja, ich bin ja Luxemburger. Das ist geil, Bowling. Halte die Taste gedrückt, um die spezifischen Anforderungen für das aktuelle Projekt zu sehen. Schließe fünf verbesserte Ziele ab, um eine größere Belohnung zu erhalten und ziele das nächste Abschnitt vollzuschalten. Ja, also mein Deutsch ist besser ausgeprägt wie mein Französisches, obwohl ich eigentlich müsste mehr besser... Also ich sollte eigentlich besser Französisch kennen als Deutsch, weil mein Vater Franzose ist, aber... Mein Vater war Franzose und... Naja, ich war aber eher mehr deutsch orientiert, dementsprechend spreche ich besser Deutsch gegenüber von Französischen und ich habe halt auch in Deutschland studiert, dafür ist das was anderes. Ja. Aber in Luxemburg ist das gang und gäbe, dass man mehrsprachig ist. Äh, dann einfach von... Was ist das? Kampfbereitschaft, dann einfach von Stoffe, hat die Anforderungen... Also ich war an mehreren Stellen in Deutschland, also mein Studium ging quer durch ganz Deutschland. Äh, war in Dresden, in Kiel, Mannheim, äh, Oberhausen, äh, Lucishafen, äh, wo war ich noch, äh, Kaiserslautern, äh, Hesse, ähm, aber ich weiß nicht mehr wo genau in Hesse... Äh, 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 ja, Frankfurt, München, ja, Trier ist sowieso bei mir direkt in der Gegend, äh, Trier, Saarbrücken, äh, Leipzig, und wo war es noch? Äh, äh, ja, Köln war ich nur kurz da, wegen der, äh, wegen der Uni. Ja, also, das war, äh, das war ein Studiengang, der ging quer durch ganz Deutschland, äh, acht Monate, äh, war ich, äh, nur in Deutschland unterwegs, und, ja, das, ich hab in diesen acht Monaten fast 40.000 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt. Welche Stadt bist du denn? Wolltfaltion 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 Leipzig, ähm, bist du ein Bayern, oder? Ah, nee, nicht Bayern, äh, Sachsen ist da entgegen. Aber ich muss auch sagen, es waren auch sehr tolle Ortschaften, wo ich war, also Oberhausen fand ich damals richtig geil, weil da gibt es das größte Einkaufszentrum von Deutschland und das Ding ist schon sehr beeindruckend, wenn man in so einem extremen, äh, also man kann das nicht als Gebäude sehen, das Ding ist übelst heftig groß. Ah, okay, cool. Okay. 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 Wenn ihr alles verletzt habt, dann wird es alles verletzt. Ich bin sicher. 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 Wo muss ich hin? Hier. Die Stadt ist richtig groß. Die Stadt ist richtig groß. Die Stadt ist richtig groß. Okay. Ist ja übelst traurig. Die Stadt ist richtig groß. 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 Ja, das ist dieses Haustierbereich. Ah, bin ich schon hier in meiner Wohnung? Ich habe hier um Gebiet 9 Hauptmission zu erhalten. Okay. 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 So. Schau mal oben. Wenn du möchtest, können wir das zusammen machen. als die gemeinsame Operation muss mich nur einladen. Okay, dann mache ich das. Okay, dann kann ich hier schon Sachen abholen. So, äh, und fehlt gemeinsame Operation. Äh, Auffrage? Beispiel, äh, da... Ich kann mich nennen, wenn ich mir eine bestimmte Versorgung überkomme, dann ist es natürlich eine Schlussfolgerung. Gemeinsame Operation zufällig ausgewählt, täglich wird nach dem Zufallsprinzip eine Instanz ausgewählt und freigeschaltet. Schwierigkeit 6 oder höher ermöglicht das bevorzugten Belohnungen anzurichten und die Chance zu erhöhen, diese zu erhalten. Muss ich hier was auswählen oder? Nö. Ah. Brauche ich dann jetzt nur noch auf Suche beginnen oder muss ich was anderes noch umstellen? Betreten, jetzt auf Betreten. Ach... Was ist das? Ja, du läufst hier einfach nur durch. Ich lauf nur hinter uns. Ich schaue dich an. Ich bin nicht sicher. Oh, mein liebster Schwester! Ich bin der Schmerz! Schwester, Herr Yoshiba. muss ich schon auf beenden gehen oder nicht. Okay. Okay. Ich komme gleich wieder Ich muss nur einmal aufs Klo Bin gleich wieder da Ich habe jetzt keine Klo Ich muss noch einmal aufsetzen Ich bin überrascht, aber ich muss noch einmal aufsetzen Ich muss noch einmal aufsetzen, dass ich das Klo und ich muss noch nicht aufsetzen Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ähm. Das heißt, wir können das eigentlich nochmal spielen, oder wie? Ja. Die siehst du oben in der Adventure-Page, ja klar, bis deine Vitalität ist, dann klitzel ich aber wieder auf, die siehst du, ah, ok, ah, das ist das Teil hier. So, und wir dann noch eine starten. Ok, dann starte ich nochmal eine. Ist das dann immer die gleiche oder kann man da auch wechseln und, ähm, oder wird das nur pro Tag aktualisiert? Ok. Ok. Ah, ok. 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 Ok, ok. 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 Sieht doch nicht schief! Es ist ja durchschnürbar einfach so vorbeifahren Er ist es! Ich weiß nicht! Ich bin der Schmerz! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Geil! 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 Scheiße! Geil! 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 Scheiße! Geil! Ich brauche definitiv Hilfe. Ah, nein, ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Ich weiß noch, ganz am Anfang war das auch ganz anders. Das war in einem anderen Menübereich für die Erfahrung mit mir. Ach, das sind die Ruinen, die ich schon gemacht habe. Okay. Ah, okay. Ja, wo ist mein Discord überhaupt? München. Wirklich? Aber wir haben dieses Championship. Wirklich? 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 Okay. Okay. Warte, ich muss nur gucken, du kannst entweder über die Nutzer-ID es eingeben, aber kannst auch einfach meinen Namen eingeben, ich muss nur gucken, welche Nummer das noch hinten ist. Warte, ich will natürlich noch eins also einen, ich möchte dir die Nutzer-ID es. Wir haben mir gerne einen einen Fisch- teachings. Wir haben eine Fisch-Adulante mit Kumpel-Demotiven, mit dem Fisch-Adulante, und dem Fisch-Adulante, mit dem Fisch-Adulante und Fisch-Adulante. Aber auch als ich ein Film-Adulante,ano, so wie lange das einen Fisch-Adulante und erinnern. Wenn ich einen Fisch-Adulante und ich einfach nur ein Mach-Auch-Adulante, Aber wo sehe ich denn jetzt schon wieder diese dämischen Nummer? Hm, bin ich jetzt dumm. Vielen Dank. Ja, unten links drücke ich auf mein Profil, aber da sehe ich diese Nummer nicht. Diese Hashtag Nummer, habe die das geändert? Ah, okay, dafür, ich war jetzt schon länger nicht mehr auf Discord. Aber dann müsste es ja eigentlich mit meinem, ich habe da ja den Namen geschickt, dann müsstest du es mit dem Namen finden. Und dann? Ich glaube das ist ein wirklich langes Punkt. Ich bin davon ausgegangen, dass du das jetzt warst. Ich bin davon ausgegangen, dass du das jetzt in der Welt bist. Du hast mir was geschickt, aber da steht bei mir, du hast keinen Zugriff auf diesen Link. Dieser Link führt zu einem Server oder Kanal auf den du keinen Zugriff hast. Ich glaube, ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, das ist ein Problem. 1 Ok, ich hab jetzt die Liste auf Ok, ich verstehe Ok, das hilft sehr, da sehe ich genau was ich am Tag machen muss und was wirklich zu tun ist Ok, das hilft mir schon sehr Danke vielmals Ah ja, da sehe ich Hey, ist ja richtig praktisch, da wird alles überquert dem was das Event beinhaltet Ja, das ist natürlich das Ergebnis Da bedanke ich mich sehr, weil das hilft mir definitiv, da besser voranzukommen Ja, ich bin eigentlich bei Discord bin ich nur auf dem Hauptsurfer von Tower of Fantasy So, dann nehmen wir nochmal eine Aktivität auf hier Ja, ich bin Ja, ich bin natürlich Ja, ich bin natürlich Ja, ich bin natürlich Ja, wenn ich die Punkte richtig gesehen habe, ist es noch zweimal. Man, scheiß Auswaschen. Da! 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 Okay, da bin ich mal drauf gespannt. Omae ka! Chigai naiii! Aaaaaaah! I to see no, Sweet! Kata ki o to te aru! Hehehehe! Fuuu! Fuuu! Sweet! Kuyashii zo! Kata ki! Kata ki. Kunden, kata ki. Bata ki! Kata ki. Kata ki! Bei Settings, ja. Äh, unter Alles auf 100. Hierbei Einstellungen für Spezialeffekte, Sichtbarkeit für verbindete Wanderfähigkeiten und Sichtbarkeit gegnerischer Wandererfähigkeiten. Damit kannst du von anderen Spielern die Attacken zählen. Gibt's noch was, wo ich, äh, entern sollte in meinen Einstellungen, oder ist sonst alles... kann ich alles so sein lassen? Ja, noch einmal können wir's machen. Ja? Ja. Ist ja halt voll gejoint. Ja. 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 Okay, der andere von dir sieht richtig cool aus. Oh, du bist! Ich bin nicht... Ich bin nicht so süß! Ich bin der Koffer! Ich habe mich geholfen. genau aber gut zu wissen also du hast mir heute sehr viele tipps gegeben die mir gut geholfen haben ja also mit den leveln bin ich richtig gut vorangekommen was ist das? wähle eine der folgenden belohnungen typ 3-chip, typ 3-schlüssel oder siegel 3 ein siegel zur aktivierung von tai chi tour ah ok ja stimmt ich hatte schon ein so ein bus einmal gelegt das ist das gleiche und das ist auch das gleiche ja da wäre ich schon mit dabei ok ok Okay. Müsstest du mir nur sagen, wo wir da genau hingehen müssen? Äh, ja, mach ich. Äh, okay. 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 Bitter spear? Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Ah, mit dem Roboter reden. Ups. Ich bin zu dämlich. Quatsch. Ich muss jetzt mal wieder zu dem Roboter, wo ich war. Gut. Entschuldigung, ich habe absolut gefehlt. Das war es hier zum Roboter. So. 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 Vielen Dank. Okay. 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 Jetzt kannst du hier aus dem T-Poktor freischalten. Ah, okay. 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 Ah, Dragonboy ist der, der auch mit uns spielt, oder wie? Ah, das ist unrandom, okay. Danke, Dragonboy, für dein Fallo. Wow. Wow. Okay. Hm. Okay. Okay. Heftige Stürzel, du spielst auch nicht erst seit gestern. Hm. Was für Aktivitäten können wir eigentlich dann noch machen, so? Wow Oh So Und Oh 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 Jetzt hat er verneucht. Vielen Dank. Was sind diese Verstärkungsmodule eigentlich genau? Ne, weil ich noch gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Okay. Dann können wir uns auch hier ein paar Sekunden poems und in diesem Duwander beginnen! Und jetzt mache ich dann den Siem-Teschmacken! Ich bin einig, Herr Erektar von dich. Ich bin einig, okay. Jetzt gibt's ein bisschen mehr Aufmuch. Ich bin einig, weil ich Says die erste. Ich bin einig, aber ich bin einig, happinesser Kind. Ich bin einig, aber ich bin einig. Ich bin einig, aber kein Auslauch, damit einiges nicht mehr Aufliegt. Das war's für heute. 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 Welt. Die habe ich jetzt auf die Waffe gesetzt, wo ich mehr Schaden habe. Obwohl, wartet, kann ich noch eine Sache ändern, sehe ich gerade. Das ist dumm. Oh dear. Oh, nehm. Okay. Vielen Dank. 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 Was ist Grenzkampf? Also ich hatte nur die Dings gemacht, also die gemeinsamen Operationen habe ich nur gemacht. So ist das im gleichen Menü mit den Später. Das wollte ich nicht. Das war ganz gut. Das war ganz gut. sehen. Und die Delis machen. Was dann? Ah, okay. Das sind die Delis. Aber Herausforderungen muss ich schauen. Äh, vergessen ist nicht. Ah, da Kluft. Muss ich der Host sein, oder? Okay, du hast mir ein Schütter Host gemacht. Oh, okay. ich glaube die random drück ich mal raus das kann ich nicht einfach starten auf mach aber auf acht warte wo ich das Wo kann ich das Größen noch mal ändern, um es schwieriger zu machen? So, hier kann ich nur mal drei. Ah, auf Grenzkampf, okay. Da kann ich schwer nicht auswählen, da ich noch nicht Stufe 50 bin. Ah, das war's für mich. Das war's. Dad! 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 Oh mein Gott! Dad! 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. 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 Das war's für heute. So von den Waffen her, Lyra und King. Ah, Lyra sind die Arme, okay. Äh, unfassbar. Äh, das sind, äh, auch, äh, Schneefägen. Äh, Lyra sind die Arme, was? Was ist denn noch wer? Ja, die sind sie, okay. Das ist schnell noch. Äh, da, 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 da. Ähm, Quatsch, was mache ich? Arme, soweit ich weiß, können auch heilen. Ich hole den... Gewinn bis drei. Ich hole den Schlüssel, kann ich... Okay. Äh, mach, äh, schnelles Ablegen bei den anderen. Ja, die haben Heal. Okay, nein, äh, nehmt die oben da. Ah, so geht auch. Okay. Bei der Senze habe ich ja... Einmal seine Haut. Nichts غ sail. Nie, ich hole den Schlüssel. Hier, eher denen itります. Ich hole den Schlüssel. Ok Ja, da mache ich die rein, weil ich momentan da auch nichts im Level mehr habe. Dann wechsle ich hier auch auf die. Dann wechsle ich hier. Dann wechsle ich hier. Dann! 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 Dann wechsle ich hier. Dann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, Mist, was fehlt der? Das sowieso, also, ich spiele jetzt sowieso sehr viele Spiele. Ich spiele jetzt die Dailies noch. 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 Ja, ich bin ganz knapp vor der Stufe 50. Ich spiele jetzt die Dailies noch. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. Okay. So, dann schiebe ich das auch. So, dann schiebe ich es, wenn ich die Kräste schreibe. Dann schiebe ich noch darauf, dass du dann bist. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass du da nur noch eine Kräste rausgegeben hast. So, dann schiebe ich das und dann noch einmal weiter. Also, wenn du da eine Kräste rauskommst, dann schiebe ich das schon wieder. So, ich schiebe das auch, warum ich nicht hätte aussehen. So, dann schiebe ich mir das mal so naja. Sollte Was ist das? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Und dann noch das hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Ah, ja. Okay. Dann pullen. Und wir noch zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann kommen. Tschüss. 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 Tschüss.